Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Achtung! Dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lese Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. Deshalb, ja, das Ganze jetzt hier nochmal live und in Farbe. Also, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich auch hinbekomme, was ich hier jetzt die ganze Zeit mache. Ja, hier habe ich einen Draft, einen Trade gesucht, einen Draft-Pick angeboten als geschützten Top Ten. So wie ich das jetzt ja verstanden habe, bieten wir den an. Und wenn wir aber einen Top Ten-Pick haben, dann bleibt der Pick bei uns. So habe ich es verstanden. Ich hoffe, dem ist auch so. Denn, ja, wir gucken uns hier gerade die verschiedenen Angebote an. Hier, Kylie Lowry, richtig dickes Angebot, aber der ist 31 und hat vier Jahre Vertrag. Zudem haben wir mit Fox ja unseren Rookie-Point-Guard. Also, ich war mir ziemlich sicher, dass die Knicks hier bei dem Angebot einfach nur die Chance nutzen wollten, um, ja, Capspace irgendwie frei zu bekommen. Ist natürlich, wäre ein sehr interessanter Spieler gewesen. Aber ich hätte das erste Angebot schon gesehen. Und das hat mich jetzt ja wirklich am meisten gereizt, weil wir ja wirklich was für die Big-Guy-Position brauchen. Center, Power, Forward, das sind so die Positionen, die uns dann doch noch stören. Gallinari ist natürlich albern. Aber hier frage ich mich, glaube ich, was es mit bestem Tausch und schlechtesten Tausch auf sich hat. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Wenn ihr es wisst, einfach mal in die Kommentare knallen. Wir lernen ja immer dazu. Schlechtester Tausch, besten Tauschen mit, schlechtesten Tauschen mit. Habe ich nicht verstanden. Heißt das, wenn die im 2018 höher sind, dann steht schlechtesten Tauschen mit. Ne, geht ja auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe es nicht geworfen. Wenn ich besser stehe als die, dann müssen wir tauschen. So rum. Irgendwie. Zack, ja, ne, okay. Zeigen wir erst mal Steven Adams. Da habe ich mich gefragt, wer ist Steven Adams? Anhand des Builds mit seinem geilen 70er Jahre Pornoschnäuzer. Dann fiel es mir mal ein, natürlich. Bei den Oklahoma City Thunder. Da spielte er und ja, 24, also noch recht jung. Habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gesehen. Er sieht, sah zumindest, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, durchaus lustig aus. Darf man das so sagen? Ja, davon. Aber er hat eine schöne Bewertung gehabt da gerade. Schade, dass ich da mal so elegant dann vorbeirutsche. Irgendwie über 90 irgendwie im Nahdistanz oder so. Top 3 geschützt. Guck mal hier, da wollten die mir den 2020er Top 3 geschützt. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, Zach Levine plus, wenn es kein Top 3 im 20er Draft ist, hätte ich den Pick gehabt. Jalil Okafor, auch sehr interessant, sehr junger Spieler. Der hat mich aber gestört, glaube ich, dass er nur noch ein Jahr auf der Uhr hat. Irgendwas hat mich gestört. Ich empfand dann tatsächlich Tristan Thompson. Das war auch ein gutes Angebot hier. Shooting Guide und Small Forward im Paket. Jay Crowder und Avery Bradley. Beide erst 27, also im richtigen Basketballalter. Alter, das ist natürlich ein richtiges, nettes Angebot. Aber auf Shooting Guide wäre es ja ein bisschen, ja, unsinnig gewesen. Ich habe mich dann, ich hoffe, das passiert jetzt. Oder ich sage es jetzt. Ich habe mich für DeAndre Jordan entschieden. Ich wollte ein bisschen Routine reinbekommen ins Team. Und dachte mir, hey, das ist doch eigentlich eine richtig gute Geschichte. Der Pick, den die mir noch angeboten haben, ist übrigens ungeschützt. Das heißt, egal an welcher Stelle die drankommen. Ich bin dabei. Pressekonferenz, habe ich gesagt. Der ist ein toller Anführer. Hallo. Damit haben wir ein Man in the Middle mit DeAndre Jordan. Ich bin da nicht unzufrieden drüber. Aber genau, da war Mock-Draft, da war ich noch an 3 gesetzt. Also voraussichtlich an 3. Ist ja Lottery, kann man natürlich nicht sagen. Und es gibt tatsächlich für den nächsten Draft, gibt es durchaus interessante Spieler. Also, ja, sehr schönen Power Forward, der uns da interessiert. Und so langsam hat man dann wirklich das Gefühl, ja, DeAndre Jordan hat auch noch ein Jahr Vertrag, meine ich. Aber, ja, wenn der wieder geht, dann haben wir halt ein bisschen Capspace-Free. Und dann können wir durchaus nochmal bei den Free Agents auch gucken, im Notfall. Ja, hier muss ich die Rotation anpassen, weil Kollege DeAndre noch gar keine Minuten bekommen hat. Ja, so langsam wurde es, ne. So langsam wurde es wirklich ein bisschen besser. Mit Black und McMillan durchaus ein paar große Jungs am Start, die sich die Power Forward und Center Position teilen müssen. Channing Frye auf Power Forward, auch wenn er noch nicht so ganz hilfreich war. Zumindest nicht im ersten Spiel. Ich sehe gerade eine, aha, Westworld. Ich habe gerade einen Trailer von der Serie gesehen. Alles gut, alles gut. Minuten waren angepasst. Weiter ging es. DeAndre Jordan war, glaube ich, schon ziemlich angepisst, weil er keine, ja, da seht ihr es, weil er keine Minuten hatte die ganze Zeit. Und, ja. So ist das. Machst dir nix, ne. Machst dir nix. Level Up, Stufe 16. Off und Death, Bewusstsein plus eins. Ja, der andere Jordan hat sich beklagt. Bla, bla, das ist alles bla, bla. Da muss ich ehrlich sagen, da hat sich nichts verändert, ne. Also die, die, die Wehwehchen und Leiden der Spieler, hier bucke ich nochmal und passe die Rotation automatisch an, weil ich dachte, vielleicht hast du sie irgendwie mal übersehen oder so. Aber eigentlich, äh, nicht wirklich. Automatische Rotation nimmt ihm sogar noch eine Minute weniger. Ähm, ja, diese, diese Wehwehchen der Spieler und das, ach ja, das ist alles immer das Gleiche. Und das schon seit ein paar Jahren. Eigentlich hindert es ehrlich gesagt den Spielfluss. Ja, ich weiß, das gehört dazu. Es ist, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er dings, dann muss er auch dings, ne. Das ist klar, ja. Ist ja richtig, ist ja richtig. So, Channing Frye soll gehen, sagt unser Eigentümer. Und, ähm, da war ich d'accord. Es ist zwar der, äh, letzte übrig gebliebene Power Forward, den wir haben, aber, ich dachte mir, machen wir den Besitzer doch mal glücklich. Channing Frye hat bis hierhin, äh, ja, passt auch nicht und ist auch schon 34. Und dann dachte ich mir, ich biete den einfach mal zum Trade an. Und gucken wir mal an, was so geboten wird. Vielleicht kriegen wir irgendwie einen, äh, Power Forward, äh, einen jungen Power Forward angeboten, der noch keine Erfahrung hat in der Liga. Damit könnte ich ja leben, ne. David West, der hat Erfahrung mit 37. Genauso wie Charlie Villanueva. Oder auch Steve Nowak. Hier haben wir direkt zwei Power Forwards angeboten bekommen. Addiert, äh, 77 Jahre. Ne, 67, Entschuldigung. Nick Young, Gerald Martin. Und das fand ich interessant. Gerald Martin, 71er Overall. Also mehr eigentlich als, äh, äh, Channing Frye. Und da haben wir direkt zugeschlagen. Dann gab es noch Zweitrunden-Pick-Tausch. Aber das ist ja eigentlich nicht so interessant. Und hier seht ihr, dass der gute Frank Nittiligina auch schon wieder fit ist. Ich habe es da, glaube ich, nicht registriert gehabt, weil ich noch voll im Trade-Rausch war. Und, äh, habe einfach mal weiter simuliert, weil ich eigentlich auf die Nachricht gewartet hatte. Ähm, normalerweise kommt die ja, ne, da sind wir wieder beim Thema, äh, letzten Jahre hat sich nichts geändert. Normalerweise kommt eigentlich die Nachricht vom, ähm, vom Assistant Coach oder so, oder vom Physiker, ich weiß es gar nicht mehr. Der dann sagt irgendwie, hör mal hier, ne, der Spieler XY hat sich, äh, komplett von seiner Verletzung, äh, ja, erholt. Erholt und kann jetzt wieder eingesetzt werden. Darauf habe ich den ganzen Tag gewartet. Und irgendwann wurde ich skeptisch und dachte mir so, hm, das ist ja auch ungewöhnlich, dass das hier nicht kommt. Ja, der Andre Jordan war sauer. Ich dachte mir, guck mal an, was dafür geboten wird, konnte ich nicht, weil, ne, noch geschützt. Ganz komische Angebote, die hier gemacht wurden, auch wenn es hier ein First Round Pick gemacht wurde, die, äh, hier noch mit Anderson gegen Fox, äh, aufgelegt wurde. Aber Fox war ja, Fox ist einer meiner Lieblinge. Den konnte ich natürlich unmöglich für sowas gehen lassen. Ja, hier nochmal Mockdorf, da habe ich mich gewundert, wo mein Pick ist, aber wir sind an 4. Wir müssen auf ursprünglich gucken und da sind wir genau, da bei Twister. Und Mohamed, äh, Bamba ist durchaus ein Spieler auf Power Forward, der mich interessiert. Den habe ich, äh, im Auge. Bamba ist einer, den wir wollen. Von dem, von mir aus nehmen wir auch den Center da, der auf, äh, momentan im Mockdraft auf 1, äh, gesehen wird. Also, wenn es sein muss, nehmen wir auch den. Also, so oder so, der Draft könnte wirklich, äh, äh, äußerst interessant werden. Ich bin echt gespannt. Und hier merke ich, dass, äh, die Legina ja schon lange da sind, äh, da ist. Also, von der Gesamtwertung her ist das natürlich jetzt hier nicht das Überteam. Aber, ja, wir, 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 wir kommen. Um, langsam aber sicher kommen wir halbwegs in Bereiche, wo ich sage, macht Spaß. Man muss ja auch nicht immer das Überteam haben. Manchmal, ähm, sind auch kleinere Ziele durchaus attraktive Ziele. Und, äh, mit Fox, Nitilikina, Pondexter, Martin als Power Forward und, äh, ja, der Andre Jordan momentan als Übergangssenter haben wir, ähm, ein interessantes Team geschaffen, finde ich. Man muss natürlich gucken, wie sich gerade Fox und Nitilikina, wie die sich entwickeln. Martin ja mittlerweile auch, da muss ja, auch ein junger Bursche, da muss man ja wirklich ein Auge drauf halten. Ich hatte natürlich den, ähm, äh, äh, außerhalb der Aufnahme hatte ich, äh, versucht hier den, wie heißt der, Hardenstein oder so? Den, äh, deutschen Power Forward mal, ähm, jetzt will ich echt googeln. Äh, äh, Hardenstein, also, äh, Isaiah Hardenstein. Genau, aber, ähm, da war nichts zu machen, den haben wir nicht bekommen. Und, äh, ja, mussten wir halt umdisponieren. So, da war jetzt die Phase, wo ich dann heiß war, äh, wieder selber zu spielen. Und das, äh, tun wir dann auch in einer der nächsten Folgen, die wird dann veröffentlicht. Es wird ein Graus, ich sag's euch jetzt, es wird, ähm, extrem erschreckend. Freut euch nicht zu sehr. So, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Zusehen, bis zum nächsten Mal.